Guten Morgen! Ich bin also eigentlich noch nacht. Ich habe mich auch lange nicht gemeldet, weil einfach nichts passiert ist und ich im Urlaub mich auch nicht wirklich melden konnte. Wir haben es aber um vier. Früh. Ich bin seit um zwei wach, weil meine Schmerzen an der Schulter wieder so schlimm wurden, dass ich auch gewacht bin. Ich habe auch schon Medikament genommen danach und konnte dann halt nicht mehr einschlafen, aber die Schmerzen sind besser. Ich werde aber heute wahrscheinlich auch wieder zum Arzt gehen, sobald er gegen 8.30 Uhr aufmacht und mir vielleicht doch mal die Beweisung holen, da ich ja auch Mitte März vor Ort nach Hause zu gehen und ich das eventuell auch davor irgendwie ein bisschen geklebt bekommen haben möchte. War das ordentliches Deutsch? I don't know. Und hier mal gucken, was dann die Woche noch so passiert. Vielleicht wird es einfach nur ein Wochenvlog, weil an sich nicht Spektakuläres passieren wird, aber vielleicht ein paar Einzelheiten. Auch so ein bisschen updaten. Wegen Korea muss ich gerade ein bisschen überlegen, ob ich wirklich das Jahr mache oder da die Quarantäne auf sieben Tage runtergesetzt wurde, ob ich nicht wirklich sage, das erkläre ich jetzt doch direkt gleich. Es ist nämlich so, erstens Quarantäne wurde runtergesetzt. Sieben Tage, statt zehn. Und deswegen bin ich kurz am überlegen, ob ich nur die drei Monate drehe jetzt dieses Jahr ohne Visa. Was halt echt wieder ist von wegen, warum sonst den ganzen Stress gemacht hast, entscheidet sich endgültig, wenn im März dann noch mal das Café schreibt und die umgezogen sind. Weil ich sonst von einigen nur so halbe Zusagen bekommen habe und ich bin ein bisschen unsicher. Und der Hauptgrund Nummer zwei ist aber, dass ich mein Bachelor, ich bin in einem Bachelorgang, der nächstes Jahr März ausläuft. Sprich, wenn ich in dem Bachelor meinen Abschluss machen würde, muss ich den bis März machen. Und ich hatte gerade nicht würdig, dass ich meinen Bachelor in Korea schreibe und alles. Und Thema habe ich auch jetzt noch nicht und ich habe jetzt quasi nur ein Jahr, um das Thema zu finden und den zu schreiben. Aber die Verteidigung muss ich ja vor Ort machen. Deswegen kann ich das jetzt von Korea aus machen. Das heißt, selbst wenn ich gehen würde, wäre es klüger. Also es wäre an sich, es würde mehr Sinn machen, wenn ich erst nächstes Jahr eine Working Holiday mache. Und halt bis dahin, sprich, bis jetzt nur die drei Monate und ich könnte halt trotzdem jetzt schon die Jobs suchen für nächstes Jahr. Ein bisschen mehr Puffer. Auf jeden Fall. Ja, deswegen bin ich gerade so 80 Prozent dazu geneigt, einfach noch zu sagen, ich mache die drei Monate komplett entspannt, Urlaub. Also wirklich auch, muss ja dann nebenbei nur meinen Job von hier machen. Ich muss mich um kein Visum kümmern. Ich muss in dem Vertrag bis dahin auch erstmal nichts ändern. Es wäre am klügsten und es wäre am angenehmsten, am bequemsten, am stresslosesten, am stressfreisten. Aber dann gibt es bei mir so das kleine Kind, was sagt, ah, ich bin ein Jahr. Aber nach zwei Jahren werden selbst drei Monate erstmal okay. Klar, es wäre viel auf einmal. Es wäre auf jeden Fall sehr hektisch. Und es wäre viel Material für Vlogs, weil ich glaube, ich jeden Tag irgendwas machen muss, damit ich alles hinbekomme. Wäre natürlich auch gut fürs Geld. Ich muss die Versicherungen und so nicht alles buchen. Ich kann meinen Flug direkt beide buchen, was halt immer noch weniger kostet, als nur der Hinflug. Also mein... Ich rede mich glaube ich selber immer weiter da rein, dass es nur drei Monate sein werden. Wenn ich einen Job kriegen sollte und er sagt ja safe und die Unterkunft richtig gut aussieht, dann sehe ich das als Zeichen, dass es doch ein Versuch wert ist. Aber ich muss mir eh noch einen Bachelor überlegen und meiner Lehrerin schreiben demnächst, ob das überhaupt klappt. Weil dem würde ich trotzdem in Korea ein bisschen recherchieren wollen und auch meinen praktischen Teil dort machen, weil dort halt mit Koreanern Interviews besser zu machen sind als in Deutschland. Ob wir es sehen. Aber genau. Wir haben es jetzt 4.10 Uhr. Ich werde jetzt da arbeiten. Die nächsten paar Stunden werden wir jetzt auch gleich einen Every Workout machen. Ich bin nur einfach nur so froh, dass die Schmerztablette wirkt. Also der Schmerz hat ja angefangen, als ich mit einem Kumpel war. Und das war ja... Wann war denn das? Das war... Oh mein Gott. Das war gegen den 18. Februar. Also vor knapp 10 Tagen fing das wieder an. Das ist ein bisschen mehr als eine Woche. Sogar anderthalb Wochen. Also es sollte echt zum Arzt gehen. Ich bin damals nämlich auch durch die Schmerzen aufgewacht und war halt bei einem Kumpel und die Schmerzablette dort hat mir nicht mehr wirklich geholfen. Also ich konnte danach dann gratis so noch schlafen. Aber es tat so weh. Und ich weiß nicht, bis jetzt da war es immer so up and down. Also es tat weh. Es hat wieder aufgehört. Beziehungsweise es wurde besser. Es hat nie aufgehört. Und ich habe auch gestern wieder das Jahr an der Kissen gemacht, weil es gestern schon wieder gedeutend schlimmer wurde. Und jetzt halt sagen, ich melde mich dann auch mal, wenn ich vom Arzt wiederkomme. Und vielleicht vom oder beim Spazierengehen. Aber ich möchte auch mal sehr anmerken, wie dankbar ich bin, dass es diese Nacht war. Auf so einem Montag hin und nicht irgendwie zum Sonntag oder Arzt zu gehabt hätte. So dass ich halt auch direkt gehen kann. Aber ja, ich habe jetzt den Apfelbergos Tee mit Tee und meine Eisentablette. Und ja, ich würde sagen, ich sehe euch später wieder. So, ich habe gerade mich tatsächlich mal eine Stunde hingelegt und so halb geschlafen. Mir tut bei meiner Schulter wieder ein bisschen weh. Ich bin also echt gespannt. Ich habe jetzt auch wieder meinen Schal dran. Ich habe mir jetzt kurz Porridge gemacht. Das esse ich jetzt. Es ist draußen auch wenigstens schon halt draußen. Und dann werde ich eventuell aber auch schon bald langsam vorlaufen. Um 8 Uhr macht das Edeka. Und auch vielleicht finde ich das so. Und ich will eh glücklich da sein. Deshalb. Ja. Okay. Ich bin so genervt. Also. Ich saß gerade beim Arzt. So eine Viertelstunde. Und habe schon gedacht. Hm. Außer mir sitzt hier keiner. Und ich lasse da nicht auf den Markt. Dann war es 30. Und ich habe an die Tür geguckt. Heute ist Rosenmontag. Und ich wusste es nicht mal. Das heißt, ich darf morgen früh nochmal gehen. Und ich muss auf jeden Fall gehen. Weil selbst wenn es nicht schlimmer wird, ist es immer noch nicht gut. Und 10 Tage sind nicht normal. Vor allem nicht, dass es dann schlimmer wird. Anstieg besser. Deswegen. Selbst wenn es morgen besser sein sollte. Gehe ich nochmal hin. Und hole mir notfalls die Beweisung. Ich brauche sogar erstmal Kaffee. Das Ding ist. Ich habe die Tablette ja heute früh um 2 Uhr genommen. Normalerweise sollte die ja einen halben Tag reichen. Das ist ja nicht mal so eine schwache Ibu. Das ist eine, die man bekommt. Eigentlich geht das nur mit Verschreibung? Verschreibung? Mit Rezept. Und die hatte ich halt noch vom letzten Mal übrig, was ganz praktisch war. Und auch für heute praktisch sein wird. Sonst schlafe ich heute noch gar nicht. Ist aber echt schnell nachgelassen diesmal. Also nicht mal 8 Stunden. Nicht mal 6 Stunden hat die gehalten. Aber naja, so kann ich dann duschen. Gehe nochmal schön heißes Wasser drauf. Äh, und ja. Ich werde mich jetzt kurz ausruhen und dann weitermachen mit arbeiten. Aber ich werde es heute langsam angehen lassen. Au! Ja, heute ist nicht mein Tag. Ich habe gerade mein Schal in Dings getaucht. Ups, ja, der Boden hat es auch bekommen. Oh, aber einiges. Hä, wie habe ich das denn geschafft? Ich bin nicht mehr. Ja, ich trinke jetzt erstmal wohl meinen Kaffee. Ich ruhe mich aus. Vielleicht lege ich mich da nochmal ein bisschen hin. Äh, arbeite in der Zwischenzeit ein bisschen. Und ja, bei mir gibt es heute sonst doch nichts mehr zu sehen. Ich war ja nicht beim Arzt. Also, ne. Das wird bei mir heute sehr langsam sein. Ja. Ja. So, ich melde mich. Ich habe gerade noch eine Stunde gearbeitet. Ich habe jetzt heute schon zwei Stunden, mache jetzt gerade Pause und werde mit meinem Bruder Phasmophobia spielen. Ihr seht auch, ich werde duschen. Aber die heiße Dusche hat so gut getan. Das war genial. Und ich werde mir dann auch erstmal eine Quarkball zum Mittag machen. Und dann weiter arbeiten. Aber, first things first. So. Ich habe tatsächlich gerade noch eine ganze Weile gearbeitet. Schmerzerbette habe ich keine genommen. Die werde ich heute Abend erst nehmen, damit die auch dann über Nacht wirkt und ich nicht wieder unter Schmerzen aufwache. Und ja, ich zocke jetzt noch ein bisschen noch eine Stunde, zwei Stunden mit meinem Bruder und dann gibt es Abendessen. Und, genau. Morgen. Wir haben es den 1. März, 3. Dienstag. Ich habe durchgeschlafen. Ich hatte ja gestern noch eine Tablette genommen und ich habe eine Tablette. Ich merke es halt auch immer noch, es tut noch nicht weh. Wir haben es 7.30 Uhr fast. Das heißt, ich werde sogar fast eine halbe Stunde schon zum Arzt rausmachen. Und hoffen, dass irgendwas Neues rauskommt. Oder ob er mir wenigstens sagt, dass ich die Tabletten weiternehmen soll oder nicht. Ich bin gespannt, wie lange ich warten werden muss. Hi. Ich habe komplett vergessen, mich zu melden. Wir haben es mittlerweile schon um 10. Ich habe schon gefrühstückt und ich bin schon wieder vom Arzt da. Ich habe meine Überweisung bekommen. Ich habe jetzt auch einen Orthopäden gefunden, den ich gleich anrufen werde. Und ich habe neue Medikamente bekommen, weil es halt wirklich auch bedeutend schlimmer war. Also ich habe jetzt noch muskelentspannendes Zeug. Ich soll wirklich dreimal am Tag mittlerweile diese Ibuprofen nehmen. Letztes Mal waren es nur zweimal. Ich soll also zwei Tabletten dreimal am Tag nehmen für die nächsten drei Tage. Juhu. Ich wurde zweimal gewarnt, dass es Light Headed so ein bisschen High machen kann. Aber ich kenne es ja, wenn ich in Ohnmacht falle, das ist das Ding. Mir geht es gerade die ganze Zeit so, wie ich bin auf dem Weg zu Ich Fall in Ohnmacht. Ich habe die ganze Zeit schon so ein bisschen Angst, dass es mich jeden Moment einfach ausknockt. Aber das sollte eigentlich nicht passieren. Drückt mir die Daumen. Ich drücke sie mir selber, weil ich möchte, wenn ich dann am 15. März nach Hause fahre, wenigstens schmerzfrei meinen Geburtstag feiern können. Und ich habe auch meiner Chefin jetzt erzählt und wir werden auch morgen darüber reden wegen Korea, dass ich wahrscheinlich noch drei Monate gehe. Also ich bin mittlerweile so 90 Prozent überzeugt, dass ich dieses Jahr nur drei Monate gehe und fahre dann, wenn ich im Bett klar abgeschlossen habe, so ab. Na gut, vielleicht schaffe ich es ja schon im Februar, dass ich meinen Geburtstag doch, oh, das könnte sogar klappen, dass ich doch meinen Geburtstag feiere. Oder auf jeden Fall trotzdem nachträglich meiner Freundin im Sommer, dann wäre halt viel billiger jetzt, wenn ich drei Monate nur so gehe, auch mit Arbeitsvertrag und so, viel einfacher. Also es ist schon klüger, wenn ich jetzt nur sage, drei Monate und ich mache die Woche Quarantäne halt mal mit. Ist immer noch billiger. Aber ja, das heißt, es kann gut sein, dass ich auch im März meine ganzen Tickets brühe. Und dann geht es auch auf dem englischen Channel los, weil dann geht es ja auch um Packen und Vorbereiten und ja, ich kenne theoretisch. So, ich habe einen Termin im Brathaus. Ich habe für nächsten Montag einen Termin beim Motopäden. Ich habe jetzt Essen. Kann es euch mal zeigen. Und zwar den veganen Sojajoghurt mit Mango-Protein, Mango, Quinoa, ein bisschen Müsli und Ruby KitKat. Und genau, das werde ich jetzt essen. Yay! Und ich glaube, ich habe einen Kaffee gefunden, wo ich mir, das klingt nämlich ganz gut, das würde ich auf jeden Fall testen. Äh, ich habe leider kaum Bilder dazu gefunden, aber es heißt gesund und süß. Und die machen ohne Industriezucker, die machen das meiste sogar vegan und laktose- und glutenfrei. Deswegen bin ich gespannt. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ich habe mir eine Quantidienster-Seite offen, deswegen. Und es ist halt in Köln. Deswegen, man kann es ja einfach testen. Und dann kann ich berechnen, ob ich es empfehlen kann. Die restliche Woche dann wieder arbeiten und entspannen und ganz viel Phosphorbeer. Ich bin ein bisschen süchtig. So ein bisschen vielleicht. Aber das war es dann auch schon von heute. Und wir sehen uns dann morgen wieder, nehme ich mal an, wenn ich morgen nicht einen extra Vlog draus mache. Ansonsten dann spätestens Donnerstag, Freitag rum. Guten Morgen! Ihr seht, es geht mir gut. Bei meiner Schulter geht es um einiges besser. Aber ich merke es tatsächlich immer noch. Normalerweise war das nach dem ersten Tag immer schon noch richtig gut. Aber ja. Ich werde gleich meine heutige Medikation nehmen. Ich kenne das deutsche Wort so vor. Ich brauche Medication. Meine heutigen Medikamente. Dann habe ich das andere dann in Köln. Wäre auch gut. Erstmal im Café sitzen und Pillen schlucken. Und ja, ich freue mich schon voll. Wir haben es gleich um 8. Wie gesagt, wenn ich meine Tabletten genommen habe, werde ich auch erstmal einkaufen. Gehe mit Zrewe hinter. Da habe ich dann gleich meinen Spaziergang mit. Und dann wahrscheinlich in Köln auch ein bisschen spazieren. Also ich werde heute auch wahrscheinlich keinen Spurt machen können. Ich zeige euch was aus dem Café. Definitly. Ich werde eventuell auch ein eigenes Reel oder so für Instagram machen. Mal gucken. Ich werde wahrscheinlich ein Kleid anziehen. So das erste Mal richtig zum rausgehen. Ein Kleid. Das ist das. Yay. Und wir werden heute auch wieder schön über Korea reden. Und boah, ich freue mich voll sehen, echt zu sehen. Also wirklich richtig. Also... Ich bin echt ein bisschen aufgeregt. Aber ich freue mich. Deswegen würde ich sagen, ich gehe einkaufen. Ich schlug doch meine Medikamente. Und sehe ich dann später wieder. So. Ich bin wieder da. Ich habe einen neuen Beutel. Ich war einkaufen. Ich habe Eis gekauft. Endlich mal wieder. Ich zum ersten Mal hier wieder mit Magnum Eis. Neue Milch. Eigentlich einer der Kopfgründe, warum ich hier gegangen bin. Ich habe meinen Bus um eine Minute verpasst. Ich muss da alles wieder schleppen. Was bei meiner Schulter momentan glaube ich nicht das höchste ist. Aber was soll ich machen? 10 Minuten warten, hatte ich jetzt auch keinen Bock. Ich habe mir jetzt Porridge gemacht, by the way. Und zwar ist mir tatsächlich auch vorher, äh kurz bevor... Quatsch. Ich habe kurz bevor ich rausgegangen, meine Medikamente genommen. Und habe dann unterwegs gemerkt, das war vielleicht nicht die geilste Idee. Aber egal. Irgendwie habe ich das gefühlt, ich habe so ganz selten, manchmal, bei diesem Mandelmilch. Eine, die sich nicht so geil schäumen lässt. Die irgendwie sehr... Ja, komisch ist. Das habe ich ab und zu mal. Das ist echt weird. Ich mache mich... Warte, wir haben es jetzt um 9. Ich muss bestimmt gegen um 1, 12 rum los. Irgendwas dazwischen. Das heißt, ich muss mich ja mal kurz schminken und anziehen. Ich bin offiziell noch in Sportsachen. Aber erst mal gut. So, es wurde jetzt verschoben, auch wir treffen uns gegen 14.30 rum. Das passt ganz gut, weil der kommt genau 14.30 an. Und dann gucken wir, wie wir da hingehen. Aber wir gehen auf jeden Fall in das Café. Sie war von der Idee voll begeistert. Und ich werde mich jetzt trotzdem schon mal fertig machen, damit ich dann ganz entspannt bin. Immerhin muss ich trotzdem in knapp 3 Stunden los. Und wenn ich jetzt fertig bin, dann habe ich wenigstens Ruhe. Und deswegen jetzt schnell 10 Minuten schminken und dann bin ich durch. Und dann kann ich mir die Gedanken ums Outfit machen. So gerne ich diesen koreanischen Lippenstift liebe, wenn man ihn echt doll aufträgt. Also normal wie halt Lippenstift. Ist ja schon extrem. Deswegen versuche ich das grad zu tippen. Geht schon. Okay, ready. Jetzt habe ich noch 3 Stunden mindestens. Um mich zu entspannen und mich dann umzuziehen. Und ich habe mich jetzt wirklich das blaue Kleid anziehen. Ich würde sagen, ich sehe euch später wieder, wenn ich mich auf das Café hier losmache. Wenn ich mich auf den Weg zum Café mache. Werde im Café filmen auf jeden Fall. Ich werde es versuchen. Es ist sehr klein, wie ich auch Fotos gesehen habe. Also wirklich gemütlich. Ich hoffe mal, dass es nicht voll sein wird. Weil das wäre echt doof. Aber ja. Bin gespannt. Ich hoffe dir immer was mit Matze oder Pistazie oder Erdnuss. So eins von den dreien würde ich mir auf jeden Fall holen. Und dann wäre ich dabei. Vor allem vegan. Und Kaffee natürlich. Deswegen. Wir sehen uns später. So. Ich bin fertig. Ich habe mich hingezogen. Ich habe mich für ein Kleid entschieden. Und ihr seht gerade. Ich habe Essen. Ich habe mir jetzt eine Croix Roll gemacht. Wir haben es zwar erst viertel zwölf. Also ich würde jetzt einfach in Ruhe essen. Dann haben wir jetzt bestimmt halb. Und dann habe ich noch anderthalb Stunden, bis ich los muss. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in Köln wieder. So. Ich bin wieder da. Ich habe gerade noch eine Stunde mit meinem Bruder gespielt. Bevor ich mich abgeschminkt habe und alles war, der jetzt los muss. Und ich wollte die Stunde noch nutzen. Aber es war erstens richtig lecker. Es war richtig cool. Richtig entspannt. Und ja, ich werde mich aber jetzt gleich Bett fertig machen. Ich meine, wir haben es jetzt erst 19.30 Uhr. Aber ich werde mir jetzt auch erst mal irgendwas zu essen machen. Und das war's. Deswegen. Guten Morgen. Wir haben es jetzt schon Freitag, den 4. März. Ich habe gestern gar nicht gefilmt. Ich habe aber auch nichts gemacht. Außer so ein bisschen gearbeitet und gezockt. Und Videoschnittprogramme getestet. Und ich glaube, ich habe mich für eins entschieden. Damit habe ich jetzt auch den Vlog schon geschnitten. Und vorbereitet. Deswegen wird es wahrscheinlich das am Ende auch werden. Heute habe ich jetzt gleich um 8.00 Uhr zwei Meetings bis um 10.00 Uhr. Und dann machst du sie doch eigentlich mit Arbeiten auch schon größtenteils. Ich werde heute noch ein paar Sachen. So Kleinigkeiten machen. Also dass ich heute eventuell so zweieinhalb, drei Stunden komme. Und dann geht's ab nächste Woche richtig mit Schneiden los. Aber ja, die Woche ging so schnell rum. So. Wir haben es um 10.00 Uhr. Ich habe meine Meetings durch. Ich habe so viel zu tun heute und nächste Woche. Das wird... Also der Monat wird nochmal richtig, richtig voll, weil ab jetzt geht's los, los. Aber wir haben es um 10.00 Uhr. Ich habe noch nichts gegessen. Ich habe Hunger ohne Ende. Ich werde jetzt erstmal essen. Wollte ja eigentlich nur noch einkaufen. Aber ich brauche jetzt hier kurz Pause. Zwei Stunden. Und danach geht's richtig los. Aber ich habe wieder viele neue Ideen gesammelt. Und produktiv. Aber ich brauche erstmal Kaffee. Hält mir gerade auf. Wir haben es right away Samstag. Oh mein Gott, meine Hände sind eingefroren. Und ich bin gerade 20 Minuten zum Liedel gelaufen und zurück. Beziehungsweise eigentlich wollte ich ins Netto wegen dem Kaffee. Dachte mir so, nee, mache ich jetzt doch nicht. Und bin dann am Liedel vorbei. Also beziehungsweise ich wusste, dass so ein Liedel ist. Bin dann dort rein, statt netto. Und habe völlig gefunden. Hatte ich ja im Brewer nicht gefunden. Und noch ein paar andere Sachen. Hauptsächlich Käse Dau. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Ich brauche aber auch echt Kaffee. Wir haben es minus 1 Grad oder so drauf. Also Wetter an sich. Superschön. Aber, ah, meine Hände sind schon weh. Und jetzt haben wir es erst um 9. Genau. Ich teste ja momentan Adobe Premiere Pro. Beziehungsweise sogar alle Programme. Weil ich als Studentin halt Rabatt bekomme, was praktisch ist. Es geht. Also das Schneiden an sich finde ich gut. Klappt ganz gut. Auch mittlerweile ganz flüssig. Ich hatte echt lange gebraucht, bis ich mich da rein gefunden habe. Mit dem welches Fenster für was. Ich habe mir dann ein paar Videos angeguckt. Das ging bei dem anderen tatsächlich besser bei Filmora und auf dem Handy. Jetzt habe ich das Problem Übergänge und Schrift. Bei den, vor allem Filmora hast du heute mal eine Vorschau und nicht nur beschrieben. Und mit der Schrift bin ich echt überfordert. Weil ich hätte halt gerne so Schrift, die reinfliegt und was weiß ich was. Aber ich glaube, das muss man sich alles auch erst vorher runterladen. I don't know. Das muss ich noch ein bisschen verstehen, weil das ist halt das Wichtige bei uns. Weil wir halt Untertitel und sowas brauchen. Aber mal gucken. Ich werde mich heute noch ein bisschen reinarbeiten und testen. Aber ich mache mir erstmal Kaffee und zeige euch gleich, was ich mir geholt habe. Mir ist aufgefallen, dass der März wieder richtig ereignisreich wird bei mir. Also sowohl arbeitsmäßig wird wieder richtig durchgepowert werden müssen, weil wir das Ende März fertig kriegen wollen. Das heißt, schneiden sehr viel. Ich werde mir entweder ein Laptop holen übernächste Woche oder ich bekomme es zum Geburtstag. Das weiß ich noch nicht. Ich muss mit meinen Eltern noch reden. Aber ich brauche auf jeden Fall nur ein Laptop. Erstens, wenn ich das Schnittprogramm richtig durchziehen kann und dort auch meine YouTube-Videos und so, wo das alles flüssig läuft und ich das auch mit nach Korea nehmen kann. Und wenn ich rumreise und auch vom Kabel. Ah. Also das auf jeden Fall. Dann werde ich wahrscheinlich meine ganzen Tickets buchen können. Weil das heißt, ich weiß wahrscheinlich, Anfang April schon, wann ich nach Korea gehe. Ich freue mich so. Das habe ich gerade einfach auf meinem Spazieren gemerkt. Aber ich zeige euch erstmal, was ich mir geholt habe. Ja. Kleiner Luxuseinkauf wieder. Es gibt ja im Brewe die vegan Schubschnudeln und Spätzle. Finde ich beides richtig lecker. Vor allem, ich liebe aber Schubschnudeln allgemein sehr, weil man die auch süß mit Quark essen kann. Und halt auch herzhaft sehr gut. Dann ein paar Riegel. Ich mag den tatsächlich ganz gut. Ich weiß, da gehen die Geschmäcker auseinander. Manche hassen den. Ich liebe den. Ich mag diese Konsistenz irgendwie. Äh, ja. Ein paar meiner Faves. Die waren im Angebot. Jeremond habe ich mir im Vergleich mitgebracht. Jetzt habe ich ganz viel Käse. Die finde ich auch richtig gut. Hat jetzt nicht, gibt es nicht in Fettarm. Gibt es halt in Schnittlauch. Und noch irgendwas anderes. Ich hatte jedes Mal Schnittlauch. Ich finde ihn richtig gut. Ich liebe halt einfach Camembert. Wie man vielleicht merkt. Die habe ich einfach so entdeckt. Das sah halt cute aus. Und das werde ich auch meinem Bruder mitbringen. Also ich werde natürlich auch testen. Obviously. Wahrscheinlich sogar für ein YouTube-Video. Aber ich nehme sie auch meinem Bruder mit. Die sahen halt mega spannend aus. Vor allem. Die Geschmäcker klingen halt geil. Und die sehen halt süß aus. Apfel-Heidelbeere. Erdbeer-Zitrone. Und Ananas-Orange. Klingt halt saugeil. Die fallen auch cool. Dann kommt man zu Gamer ein bisschen durch. Und guck mal. Sie haben sogar Zink, Lektose und Vitaminen. Also. Ja. Jetzt halt auch hier noch die Geschmacksrichtungen. Teste ich beide für YouTube. Und ich liebe Trollys. Ich mag ja bei den Würmern. Meine Lieblings-Gummibärchen sind ja die Trollys auch in Würmern. Deswegen. Große Erwartungen. Dann Haselnus-Pudding. Ich habe ja die Woche keinen Rewe bekommen. Das Alpro war im Angebot. Und das war der letzte ohne Zucker. Sonst hätte ich mir wahrscheinlich mehr mitgenommen. Und für Nudeln. Arrabata. Ich weiß nicht, wie das ausspricht. Arrabiata? Keine Ahnung. Ich kann noch Spanisch und kein Italienisch. Aber scharf. Ja. Also es geht. Und. Ja. Ich werde mich jetzt weiter ans Programm testen setzen. Und die Videos gucken. Und das schneiden. Ich schneide nämlich gerade den ganz genau gleichen Vlog jetzt nochmal auf Adobe. Um zu gucken, wie ich mich da einarbeite. Und wie gesagt, das mit dem Zusammenschneiden finde ich dort mittlerweile richtig richtig cool. Äh. Da komme ich langsam gut rein. Bei mir ist halt immer noch dieses Schriftarten. Schriften. So Special Effects mäßig halt. Weil ich damit ein bisschen mehr arbeiten möchte. Aber. Ja. Mal gucken. Dafür habe ich sogar sieben Tage Zeit. Ich muss es sonst einfach kündigen. Ansonsten läuft es weiter. Ich überlege sogar, ob ich mir das einfach persönlich sonst holen würde. Weil. Ich meine, man hat dort alle Programme drin als Student. Und ich bin ja eh fast nur noch ein Jahr offiziell. Deswegen würde das ganz gut passen für genau ein Jahr. Deswegen. Mal gucken. Was ich mich am Ende entscheide. Ja. Ich melde mich. Jetzt ist Sonntagabend wieder. Die Woche ist vorbei. Es ist tatsächlich nichts passiert am Wochenende. Ich habe einfach die ganze Zeit Adobe getestet. Ich habe auch gerade gelernt, wie es eigentlich ausgesprochen wird. Ich mache halt, wie man sieht, gerade eine Maske. Und mehr wird halt auch nicht passieren. Morgen früh gehe ich halt zum Arzt. Und dann mal gucken, was ich die Woche mache. Ich treffe mich eventuell mit zwei Freunden. Bevor ich halt dann übernächste Woche wieder nach Chemnitz Richtung mache. Also Heimat. Für meinen Geburtstag. Aber sonst ist auch die Tage nichts Spektakuläres passiert. Also wie gesagt. Gearbeitet. Nicht. Weil Wochenende. Und halt nur ein Programm ausgetestet mit dem Vlog, den ich gerade beende. Und ein neues Testvideo gedreht. Juhu. Halleluja. Es sind auch noch zwei, die ich jetzt drehen werden kann die nächsten Tage. Und dann kann ich mich noch mehr ins Programm einarbeiten. Es quitt langsam. Ich bin verzweifelt. Ich verzweifle immer noch. Ich bin kein technikaffiner Mensch. Aber ich habe mir YouTube Videos angeguckt. Und wenn mir das erklärt wird, dann komme ich da auch gut rein. Und genau. Habe auch ein bisschen weiter nach Laptops gesucht. Werde mir wahrscheinlich, bisschen was ist so 90% Sicherheit, diesen Monat auch ein Laptop kaufen. Das wird ein sehr teurer Monat. Wenn ich mir mein Flugticket holen will und ein Laptop. Aber ich meine ich brauche beides. Ich brauche beides. Irgendwie. Den Laptop auf jeden Fall wegen der Arbeiten. Und das Flugticket halt, wenn ich nach Korea will. Also auf die erst die brauche ich das auch. Aber. Damit der Vlog bei unter 30 Minuten bleibt, worauf ich sehr stolz bin, dass es eine ganze Woche war, werde ich jetzt auch schon richtig verabschieden und sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Und lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt mir gerne Wünsche und linie in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bye.